Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu Happy Wheels. Ja, das ist jetzt mal so eine Special-Folge und ja, erstmal ganz kurz gucken wegen der Steuerung. Ja, das passt. Ähm, Moment, da habe ich jetzt gerade eine wichtige Nachricht bekommen, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder, ich habe nur ganz kurz zurückgeschrieben. Ähm, und ja, es ist einfach jetzt mal, also ich wollte einfach jetzt einfach hier mal, ähm, also ich habe früher schon bei meinem alten Kanal Happy Wheels gespielt, ähm, auch aufgenommen und hochgeladen. Aber, ja, auf diesem Kanal noch nicht und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Und, kann ich hier auch fahren? Nee. Okay, dann geht's jetzt los. Oh, je. Dammit. Hä? Was war das? Das kann es ja jetzt nicht sein. So, Moment, da müssen wir jetzt nochmal gucken, was ist alles falsch geworden. Hä? Ist das denn dann transparent, dass man dann da nicht mehr... Hallo, da. How are you doing? Okay. Wieso schaffe ich das da jetzt nicht drüber, also das sind jetzt so Browser Levels? Wir haben das Level Nummer 1 schonmal geschafft. So, dann gehen wir nochmal ins Menü und gucken nach, welches viele Bewertungen hat hier. Das Wörter. Dann müssen wir jetzt schon wieder schmeißen. Ich nehme... Die ist neu. Die ist doch neu, oder? Hä? Okay. Okay. Ich sag's euch Leute, ich bin da nicht so gut. Wie grab ich mir das nochmal? Okay. Kinder, kommt her. Ich mag... Ich steig in mein Van. Äh. Yeah. Oh Mann. Okay. Okay. Wir sind da leider... Okay, Risa. Ich bin zu fett für hier. Ich nehm's jetzt einfach... Okay. Wir müssen eindeutig einen anderen... Einen, der ein bisschen dünner ist. Also ich nehm einfach mal ihn hier. Ja, der ist gut. Der ist gut. Ich nehm da einfach mal mit... Moment. Wie grab ich mir das denn? Da unten steht's. Ich glaub... So nicht, oder? Moment. Doch. Mit... Mit Space. Okay, aber dann restart ich nochmal, weil dann muss ich das... Das muss ich langsam angehen. So. So. Das haben wir erstmal geschafft. Ah! So. Die ist auch tot. Da drüben ist noch meine Lippe. Und die Cyrus. Die wollen wir natürlich auch noch. Oh. Nein. Es tut mir so leid. Wow! Das... Okay. Naja. Auch nicht schlecht. Ja, geil. Ey. Ja. Oh ne, meine Cyrus lebt noch. Oh ne. Moment. Ich muss nochmal da so zurück. Nein. Nein. Moment. Wieso? Warte, ich hab's noch. Nein. Und eins... Ein Schwert noch. Warte, einen Moment. So. Warte. Ich komm noch nicht mehr ran. Hm. So. Moment. So. Hoch. Und dann irgendwie... Komm, das muss noch gehen irgendwie. Bitte. Das ist mein Lebensinhalt. Okay, Leute. Ich geb auf. Wir machen's nochmal. Es war aber schon richtig cool. Ich kenn mich jetzt auch mit der Steuerung und so weit aus. Ich kenn mich jetzt auch mit der Steuerung und so weit aus. Okay. Die haben wir schon mal geholt. So. Ich mach mal. Oh. 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 Okay. Ähm, ich wollte mir Miley Cyrus noch schnell holen. Oh. 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 Oh, oh. Los! Der steckt dir jetzt in seinem Arsch. Okay, scheiß drauf. Moment. So, zurück wieder. Ich sag die ganze Zeit Moment, weil... weil ich's gleich hab. Was tu ich denn? Ja, der war perfekt, der Schuss. Aber jetzt steckt sie da noch. Moment, so. Nein. Jetzt bekomm ich den hier nicht mehr, oder? Okay, wir müssen das jetzt nochmal. Leute, wir müssen das schaffen. Okay, das war gut. Yeah. Er ist tot. Nein. Das sieht alles im Internet immer so leicht aus. Okay. Okay. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Das war jetzt ein richtiger... ...Fail. Wir hätten die Miley Cyrus fast getroffen. Und? Ja. Jetzt haben wir noch einige Versuche. Ich leb noch. Ich leb noch. Okay, jetzt nicht mehr. Mann, das war so gut. Das war so gut. Nein. Das ist für das ständige Twerken. Wieso sterb ich dann? Wegen der Explosion, oder was? Meine Augen sind schon ein bisschen schlecht. Ich seh nicht mehr so gut. Das ist eins in der Früh. Ah! Und jetzt, Miley. Okay. Die hängt dann da jetzt wohl rum. Ähm, I liked it. Komm jetzt. Yeah. Aber ich glaube, ich habe die da so verankert, dass sie da nicht mehr hoch kann. Ich glaube, ich habe schon wieder voll meine Fresse verzogen. Ja, mal gucken, ob ich überhaupt hier Platz für die Facecam habe. Yeah. Ähm. Nicht nach vorne. Nach hinten. Nach hinten. Okay. I could kill you in an instant. I can you kill you in an instant. Oh, nee. Und jetzt noch die Miley. Miley. Ich hasse dich. Du bist so dumm. Ich. Ich. Moment. So. Alter. Okay. Ich hatte es fast. Moment. Ja. Oh, nee. Aber der war echt gut, der Wurf. Das war ein echt guter Wurf. Okay. Restart. Okay. Das Level hier müssen wir unbedingt schaffen. Okay. So nicht. Ich habe dich. Ich habe dich doch nicht mal mit der Spitze getroffen. Was ist denn nur los mit dir? Und jetzt? Okay. Also er ist schätze ich jetzt einfach mal tot. Ich hole mir jetzt erst. Nee. Ich muss die Miley zuerst holen. Den da hinten möchte ich eigentlich gerne. Und jetzt packt er den Arm drin. Und voll in den Rücken. Schrei doch nicht die ganze Zeit. Sonst muss ich wieder neu starten. Ja. Okay. Ich sollte nicht so viele Schwerte auf einmal nehmen. Schrei doch nicht, das tut doch eh nicht so weh. Alter, ich halte das nicht. Nein, der ist echt nicht so weh. Du hältst jetzt. Dein Schnauze. Ich muss da jetzt dann gleich. Boah, Leute, Mann. Ich muss das schaffen, das ist eine richtig... Ja. Wenn ich mich nicht ständig am Anfang selber töten würde, dann hätte ich vielleicht auch so geschafft. Oh. Sieht gut aus. So, die sind tot. Okay, Miley ist tot. Okay, Miley ist tot. Wow. Das war ziemlich... Nice. Okay. Ey, gib mir das wieder. Gib mir das wieder. Okay. Ich stich mir das selbst in den Rücken. Ich habe gesagt nur noch einmal, aber jetzt bin ich so niedersüchtig. Oh, ich hätte... Oh, ich hätte... Das wäre jetzt ein Schuss für die Miley gewesen. Und jetzt? Also... Ja. Perfekt. Wir haben sie wenigstens umgeworfen. Jetzt ist sie noch schwieriger zu erreichen. Okay, was war das jetzt? Alter, ich sehe... Oh. Ich habe in ihr Arschloch geschossen. Ich bin der Beste. Kann ich mir das hier wieder nehmen? Ja. Nein. Wieso? Lass mich. 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 schon wirklich schweres level ich mache jetzt mal das epic random level ich denke mal gern mehr wuuuuh hä? wie soll ich denn bitte schon da weggehen? yeah 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 ja 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 jetzt komm schon das ist eigentlich so so weit, Alter Okay, komm. Tut mir leid. Und jetzt. So, was hat der denn bitte? Was denn los mit dem? Kann der sich nicht beugen oder so? Geh rein da. Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Räuche mal im Arsch. Ja, lecker. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. So. Ich fahr, ich muss, glaube ich, langsam fahren. Wenn mein Genick nicht bricht. Oder ich fahr jetzt mal richtig schnell. Wenn ich schnell fahre, bringt sich das gar nichts. Also ich muss erst mal über sie hier drüber. Nee. Nicht so, Thomas. Nicht so. Okay. So, perfekt. Mein Helm. Mein Helm ist weg. Mh. Dann hab ich bei Kick gekauft für so viel Gel. Ich glaube, ich nehme jetzt mal ein Level, das fünf Sterne hat. Zum Beispiel Hardest Level Ever. Ich denke, das ist mit dem Pogo-Stick. Ja. 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 Da war nie ein Zug. Okay. Noch ein bisschen zurück. Aber das ist doch unmöglich. Deswegen heißt es einfach so, dass es nicht immer. Aber ich muss noch mal ein bisschen... Aua. Das tut so weh. Ähm. Okay. Ein wirklich letztes probier ich noch. Okay. Grab on the chat. Okay. Okay. Wie geil. Man muss sich da so festhalten. Moment. Äh. Hä? Aber der fliegt dann doch automatisch dort so hin. So, warte. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Nee. Crap, 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 crap. So liegend? Okay, Leute. Ich probier jetzt noch einmal, dass ich mich nicht sterbe. Aua. Aber wie man zählt, stirbt er nicht. Und in der Zwischenzeit, wo dieser alte, süße Mann... Oh, es tut mir... Oh, Mann. Was bist denn du überhaupt für ein Arscher? Ich hab... Ich bin schon so alt. Auf jeden Fall. Leute. Oh. Das war Happy Wheels. Ähm. Das ist so ein verrücktes Game. Das kann dir im Browser spielen. Und das ist wirklich richtig cool. Ich spiel das gerne mal einfach so, wenn ich zum Beispiel auf irgendwas warten muss. Fünf Minuten oder so. Geh schnell in Happy Wheels rein und spiel da ein paar Runden. Ähm. Nächstes Mal werde ich mir vorher die Level ein bisschen angucken, damit die wenigsten vielleicht ein bisschen interessanter werden. Aber das ist schon ganz cool. Und ja, jetzt muss ich eh der Aufgabe nachgehen, die ich da geschickt bekommen habe. Mal gucken, ob ich die Facecam mit reinnehme. Wenn nicht, dann nicht. Wenn schon... Ja, wenn ja. Also, wenn ja, wenn ja. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, weil das zeigt mir, dass meine Videos gut sind und dass es euch gefallen hat. Und das freut mich dann immer ganz, ganz sehr. Und am meisten freut es mich auch dann, wenn ihr netten Kerle oder Mädchen, wie auch immer, ähm, die, ähm, ein Kommentar hinterlässt. Also, wenn ich dann da lesen kann, mhm, ja, du, bla bla, konstruktive Kritik oder generell irgendwas Nettes, dann freue ich mich immer sehr. Und ja, ich würde sagen, das war's. Und tschüss. Pschsch, psch, 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 psch.